Fahrzeug eingekauft, gell, am Samstag und dann gucke ich gestern nach und dann sind alle Salat Cups bis gestern haltbar gewesen. Dann dachte ich mir, okay, was gibt es heute zu essen? Salat, 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 Salat. Aber ich denke, alle Smoken wird noch drin sein, oder? Bevor wir hier loslegen. Zwei, drei Minuten. Ja, macht ein cooles Ding. Ich gehe ja kurz aufs Klo. Alter, wie meine Playstation abgeht, verdammt. Ich gehe ja kurz aufs Klo. Hey, wenn Sie das nicht mitnehmen, sind Sie tot. Ich gehe ja kurz aufs Klo. Okay. Ich gehe ja kurz aufs Klo. Okay. Okay. Hey, Blödmann, hier drüben. Hey, Blödmann, hier drüben. Hey, Blödmann, hier drüben. Hey, Blödmann. Hey, Blödmann, hier drüben. Hey, Blödmann, hier drüben. Hey, Blödmann, hier drüben. Hier drüben, hier drüben. Und bei dem zweiten steht dann irgendwie nur im Sommer dran. Und dann hat man wahrscheinlich gemeint, wahrscheinlich dann halt im August. Und dann hat er ja gesagt, dann kommt im Herbst, Winter nochmal ein DLC. Also drei Stück, jetzt im August oder so und dann wahrscheinlich im Oktober oder November vielleicht. Oh, Alter, aber dann haben die aber einen guten Job gemacht, Mann. Ohne Scheiß, da kann man eigentlich nichts sagen. Also wenn das so ist, dann haben die das noch bei keinem Spiel so aufs Thema. Ja, und so gut vor allem, weil die sind ja, das ist ja nicht irgendwie, dass da nur irgendwie solche Kosmetika dazu kamen oder so, sondern... Nein, das ist jetzt halt nur Kleindrahmen, aber mit Call of Duty ist es zu vergleichen, als ob die nach einem oder nach zwei Monaten sagen, Hier, ihr kriegt ein paar neue Waffen und dann nach einem Monat kriegt ihr eine alte Map gratis dazu. Und dann nach drei, vier Monaten gibt es ein Mappaket und nicht so drei neue Maps und eine alte, wo du dir da denkst, fickt dich die alte Hättest, die auf dem sonst geben können. Ja, man. Ja, man, das ist sehr, sehr geil. So, ich trink jetzt auch noch was. Wann, Red Bull, jetzt auch geil. Ja, schade, schon halb elf. Ich hab nur noch einen. Ich hab eine MT5 am Start mit der Spiele. Hm, okay. Ich hab immer noch die klassische Org. Alter, ich find dein Hand voll cool, den will ich haben. Der ist cooler wie der von mir. Ja, ich glaub, ab morgen können wir das ja mal spielen. Wieso? Wieso ab morgen? Wie kommst du da drauf? Einfach von der Zeit her, oder wie meinst du das? Ah, das ist ja heute schon gerefertet. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Ja, heute ist doch Dienstag. Ach, du meinst, von der Zeit her passt das nicht? Ja, ja. Du brauchst ein bisschen Zeit, du weißt ja nicht. Das wird hier aber nicht angezeigt, komischerweise, das Prestige-Objekt. Ach, du meinst hier bei Übergriff, bei Clara Himmel? Ah, Clara Himmel, okay, okay, okay. Bei Falten verloren wird kein Prestige-Objekt mehr angezeigt. Bei Clara Himmel schon. Aha. Wenn du genau hinguckst. Wir haben das doch angerufen, wie wir gesagt haben. Alter, da kann man doch wenigstens 50 Phoenix Points bekommen oder sowas. Das haben sie halt gemacht. Ja, voll geil. Ja, ich meine, 15 ist ja auch ein bisschen lachhaft. Ja, 15 brauchst du nicht mehr, mittlerweile ist es zu wenig. Ähm, was würde ich sagen? Ja, das kann man ja mal morgen probieren. Du weißt ja nicht, wer jetzt mitspielt oder so. Ob der dann rein, raus geht, hin, her. Ja, das ist ja eigentlich nicht so, wir haben es halt so gemacht, bei uns war das so, der Dennis und der Echo, das erzähle ich dir halt kurz noch, wir waren, wir sind rechts rein, du kannst links rein am Anfang, da sind wir immer rein und dann Dennis und Echo sind wir gleich rechts unten reingegangen. Da kommst du direkt bei dem Einkauf heraus. Dann sind wir da rechts unten hin, haben angefangen ein bisschen zu schießen, dann haben alle gecheckt, dass wir da sind, dann ist der Dennis und der Echo da sitzen geblieben. Beide auf Techniker, ähm, der eine mit dem Heilposten und Munition, der andere mit dem Heilposten mit Wiederbeleben, dann hat der Echo Sichtimpuls drin gehabt und der Dennis hat die, äh, Befestigung drin gehabt. Hm. Und damit haben die zwei sich quasi rechts unten in der Ecke eingebunkert und die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ein anderer Typ und ich haben den Schalter aktiviert, die zwei Koffer geholt, den zweiten Schalter aktiviert und den Endboss abgesnipet. Also im Endeffekt, Dennis und Echo sind halt ungefähr 15 Minuten auf der Stelle sitzen geblieben. Das hat funktioniert und die haben, da sind auch alle Gegenden zu denen gegangen und haben also euch nicht beachtet, oder was? Nö, nicht alle 90%, aber wenn du zu zweit bist und das sind nur lila ne Gegner, die kriegst sind normalerweise ja alle über den Haufen gemäht. So ist es, die wo dann kommen, die Party, du musst halt aufpassen, Sniper und Schottis sind gefährlich, der Rest ist ja wurscht. Ja, voll. Überall steht dran, die wollen den Challenge Mode ändern, so wie bei Destiny quasi, dass du nicht nur das gleiche machen musst in schwerer, sondern die haben gesagt, es wird nicht gehen, dass du einfach hingehen kannst, dein Schutzlink nimmst, den Koffer aufhebst und dann dich einmal zwischendrin heilst und dann warst du es, also vielleicht machen die so viel Schaden und du musst inzwischen ausschalten oder sowas. Okay. Ich will dann erstmal normal schaffen. Ja, worauf warten Sie? Wenn die Stimmen, wenn der Dennis da sagt, mit dem finale Maßnahme machst du 50% die Schadensminderung und so her. So, nehmen wir mal rein. Ich mach's mal während des Spiels. Tu das, tu das ja. Wie sieht das hier aus? Wir lassen trotzdem direkt loslaufen zum Abholbereich. Ja, ja, klar. Weil die checkt uns ja eh nicht in die falsche Richtung. Oh. Hehehehe. Ich check's auch nicht, du siehst mal. So. Ich glaube, ich könnte auch mal wieder... am Wochenende auch mal wieder eine Runde. Äh, die wir schon zocken, ist ja auch mal schlecht. Schau dir recht, ist ja auch schlecht. Aber du bist ja komplett voll geil. Ein neuer Agent hat sich hier im Team angeschlossen. Kann man da nachfragen. Mhm. Oder der Typ ist da schon da. Ja, das dauert nicht lange, das siehst du schon. Ja. Links wäre das zweite gewesen. Und hier vorne rechts, wo das Ding da leuchtet, also hier diese Klame. Das ist die dritte. Mhm. Aber wir müssen halt aufpassen. Natürlich. Weil die sind halt echt böse. Mit der Reh und... Ist egal. Immer schnell anfordern geht's weg. Oder wir können auch die schnell noch machen davor. Dann kannst du auch was mitnehmen in eins. Ja, vielleicht. Hier siehst du's. Ja, voll. Vielleicht ist es ja voll gut, wer weiß. Hier kommen aber auch Schottis, ich sag's dir. Mhm, ich seh schon, da vorne ist einer. Muss ich mir mal den Käpt'n anschießen. Das ganz da hinten, siehst du ihn. Ähm, nein. Der ist versteckt, der Arsch. Der Recon kommt, cool. Dann können wir das machen, wenn er da ist. Wenn du den angezielt hast, ich hab schon eine Misere. Aber es ist der Dicke da hinten. Ja, ich glaub, ich grüße dich. Mhm. Käpt'n Ryan, dann schieße ich auch einmal ab. Ich schieße meinen Kutschen. Obwohl ich einmal will, schlägt. Ja, Mann, da kommen sie. Ah, das stimmt da eine vor? Das stimmt schon. Ich tatsache, der von uns grad. Alter, ein Schuss. Da ist nicht mit Stürmen, alter, schon mein Leben, Mann. Neumann, bei dem einen auch. Ich hab halt hier keine gescheite Deckung, das ist kacke. Das ist hier immer so. Auf der Straße, dann muss man meistens reiten. Ja, Mann, aber das ist ja okay. Okay, einer ist down. An LMB sollten. Hallo hier, willkommen bei Division. Wir sind in der Dark Zone in der obersten Stufe. Und versuchen da mal, ziemlich böse zu looten. Schauen wir mal. Ja, Mann. Wahrscheinlich gehe ich da vor drauf. Alter, ein Schuss, ich wär fast down gewesen. Oha. Wenn meine Zähigkeit ist die 240.000, nein. Mein ist doch nicht nur 170, aber bei dir ist es auch schon ordentlich um abziehen, so ist es jetzt auch nicht, gell? Ja, ja, ich sag ja, ich finde sie auch schon heftig, boah, alter. Ja, Mann, aber die kriegen wir schon down, wenn wir jetzt hier nicht irgendwie geärgert werden von irgendjemandem. Da müsste man auch nach rechts gucken, ab und zu mal hier hinten in die Gasse. Da kommen sie schon, schon nach rechts. Ja, okay. Da muss ich zur Seite gehen. Ich schieße mal den Racken ab und muss das checken. Hm. Hier von der rechten Seite, man. Ich seh sie schon. Racken checken. Da hab ich recht auch immer noch getroffen. Es wird immer so, ich kann immer mehr rechts die Straße loswerden. Okay. Aber wir haben den Endgegnus im Angeschossen, gell? Ja, ja, hab ich direkt als erstes. Weil manchmal schalten die den aus. Ey, es ist schon voll dreißig, aber mir gefällt es so. Weil so schätzt man sich hier das ja eigentlich vor. Bei Division, ne? War das der Dicke, ne, oder? Kein viel level, bis Fingertick. Du bist ja wie ein Woo-Girl. Juhu. Ist diese jetzt hab ich auch gebucht. Aber ich hab schon wieder ein Segment verloren, alter. Oh. Oh, ich glaub, da wird... Wir werden kurz gestürmt da oben. Aber ich hab ihn. Jossi. Jossi. Einer Daumen. Man wird dicky dabei. Hier sind nur zwei Spassi. Ja, man. Alter, weiß das ist ja ein Pop-Liga-Mob und der ist halt schon voll brutal. Aber vielleicht wär der Loot geil, alter. Ein schönes grünes Teil wär schön. Ich bräuchte noch alter Wuppe. Dann kommt die Munition. Meistens. Ja. Bei welchen Ding kriegt man Munition? Alter, der Rion-Mann. Geh mal kurz. Ich nehm nur nie, meinst du. Ähm, ich...